Musik So, hallo. Also die erste Frage ist erstmal, danke für deine schöne Erfahrung und wir alle hier leiden an einer fehlenden Schule und wir werden gerne jetzt mal von dir vielleicht ein paar Tipps hören, wie wir das hinkriegen. Und vielleicht durch deine Erfahrung können wir lernen. So, how, like, because we're looking to have a school, a church school, and it's not really going forward. And so could you just give us some tips from your experience, like how to start a program? Also was für eine Schule, also like a church school, like primary school, Adventist primary school. Das ist jetzt keine Frage auf dein Projekt, sondern das ist eine andere Frage. I think the question is more like, what general principles can we apply if we want to do something for the Lord in an institution? Ich habe gehört, dass Heimschule in Deutschland nicht erlaubt ist. Yeah, that's true. So, what happens to parents when they do homeschool? It depends. You can get a fine, you can, after you get your children, get away. Sometimes people just sneak through the system. Some go to another country. No, no, no. Also, ich meine jetzt... So, you mean Adventist church don't have a church school here? Nein. So, we have a few church schools in our conference. But other conferences almost don't have, just like very a few. And so, in our district, we are looking to have one, but right now... So, we are looking to have a project. But his question really is like, what spiritual things we can do in order to make this project go forward? I see. I don't know. You have to pray. You must beten. You know, God will surely have an answer for you. Gott will mit Sicherheit eine Antwort for you. For instance, God has called me to do a lot of things that I never did before. Gott hat mich gerufen, viele Dinge zu tun, die ich vorher noch nie getan habe. Niemand hat mir das beigebracht. Gott musste mich lehren. Er hat gesagt, denen, die Weisheit mangelt, die sollen bitten und er wird es ihnen geben. Alles klar. Dankeschön. Ich habe eine Frage und zwar in dem Sanatorium. Also, wir haben ja jetzt sehr viel über Gebet und deine Erfahrungen gehört, aber was ihr direkt im Sanatorium macht, also... Kennt ihr das Newstart-Programm von WIMA? Ja. Das ist genau das Gleiche, was wir auch dort tun. Okay. Wir machen auch so Entgiftungskuren, also Fastenkuren und Darmreinigung und Saftkuren und da gibt es dann auch so Vorträge und Behandlungen und so weiter. Und wie hoch sind die Kosten dann? So, how much does it cost? Sehr günstig. Also, wir versuchen das Programm sehr günstig zu machen, dass möglichst viele kommen können. Wir nehmen nur so viel, dass wir das Missionswerk unterhalten können. Also, ein Zehn-Tages-Programm. Also, das ist inklusive Doktor-Arzt-Konsultation. Complete Blood-Test. Und vollständiger Blut-Test. Lectures. Und Vorträge. Cooking-Class. Koch-Kurse. Treatments. Behandlungen. Food and Lodging. Essen und alles, das ganze Gesamtpaket. In den USA, they will charge you the same program. I mean, I don't talk about the US, but our program... Also, reden wir nicht über den US-Preis, aber... 2.000... Let's say 3.000... 2.000... 3.000... Is how much your... 3.000... Euro, maybe? Yes, give me the Ringgit. Okay. About 2.900 Ringgit? Let's say 3.000 Ringgit. How much is Euro? Yeah, that's a little more than 700 Euro. Ja, ein bisschen mehr als 700 Euro. Für 10 Tage. Für 10 Tage, okay. Man kann als Familie kommen. 10 Tage, genau. Ja, aber man kann auch als Familie kommen, oder? You can come as family. Oh yeah, people come with Grandfather and Grandchildren. Manche kommen mit Opa und Enkel und alles. We have a group just left us. They come, whole group from Hong Kong. Wir hatten eine ganze Gruppe aus Hong Kong. They fly 4 hours from Hong Kong all the way. Die sind 4 Stunden von Hong Kong hergeflogen. Yeah, even children. Und mit Kindern. Und wir haben manchmal auch große Gruppen aus Korea. Die kommen dann mit eigenem Übersetzer angereist. So German, you can come with a German translator. Kommen die Deutschen mit ihrem deutschen Übersetzer dann. Serious. We have many, many countries that come to our program. Also aus vielen Ländern kommen Leute zu unseren Programmen. In Indonesia, we have like 5 or 6 times a Indonesian group come. Wir haben oft 5, 6 times a Indonesian group come. And they come with their own translation. Eine Gruppe aus Indonesien. All our health programs are fully booked until September. Also unsere Gesundheitsprogramme sind schon bis in September völlig ausgebucht. In einem Jahr haben wir über 1000, also ungefähr 1000 Gesundheitsgäste gehabt. Und zwar 80% sind Nicht-Adventisten. Das ist eine der besten Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Jetzt haben wir drei Ärzte. Jetzt haben wir ungefähr 40 Mitarbeiter. Du hast gestern von deiner Bekehrung gesprochen. Und ich habe nicht ganz verstanden. Wer das erste Mal mit dir Kontakt hatte, um dass du Adventist wurdest. Wer war der erste Kontakt mit dir, um dich zu Adventismus zu bringen? Ich habe verstanden, dass du mit den Pfadfindern zusammen warst. Aber welche Kontaktperson war das? Erste Frage. In meiner Familie war einer meiner Brüder, der erste, der zur Gemeinde gegangen ist. Mein fünfter Bruder wurde durch Voice of Prophecy, so ein amerikanisches Mediendienst. Ja, das war quasi so ein Fernkurs, den er gemacht hat, vor vielen Jahren. Der hat diesen Bibelkurs gemacht, diesen Fernkurs. Der war der erste, der in die Gemeinde gegangen ist. Und dann sind die jüngeren Brüder alle nach und nach dann... Mein Bruder war halt schon in der Gemeinde, der war viel älter und der hat mich zum Pfadfinder dann mitgebracht. Zweite Frage. Wie viele Reserven habt ihr für euer Medical Center auf Malaysia? Also für wie viel, ja, wie kann ich sagen... Finanziell, oder? Ja, finanziell. Lebt ihr im Moment auch von einem Monat zum anderen? Oder wie viel Vertrauen gebt ihr Gott? So, the question is, how much financial reserve do you actually use? Like, is it just you spend all the money you have, or do you build up reserve for... Oh. Das ist ein Prozess, am Anfang, haben wir immer auf einen Monat gelebt. Ich habe meinen Arbeitern gesagt, wenn ich kein Geld fürs Gehalt habe, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder verlasst ihr uns, oder ihr wartet. Und ihr kriegt nur Essen zum... Also ihr könnt nur Essen geben. Ich werde euch das nicht schulden für den nächsten Monat. Das ist alles am Glauben abhängig. Und wir bezahlen ihnen so viel, dass sie ihr normales Leben leben können. Wir haben mit vier Arbeitern angefangen. Und unser Geldbudget ist vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht... Wie viel? 5.000? 6.000 Ringgit? Ja, also 1.500 Euro war so unser Budget insgesamt. Als unsere Mitarbeiteranzahl wuchs. Dann wurde es sehr viel mehr, 10.000, 25.000 pro Monat. Jetzt sind wir bei 30.000 Euro pro Monat. Bei 40 Arbeitern. Wir sind jetzt 20 Jahren unterwegs. Über die letzten 15 Jahre. Die letzten 15 Jahre haben wir meistens nur auf einen Monat geliebt. Das ist alles, was wir hatten. Durch den Gott. Wir haben niemals um Spenden gebettelt. Wenn Spenden kamen, dann... Wir sind nicht so ein Minister, die ständig Spendenaufrufe an ihre Spendenliste geben und sagen, wir müssen mehr Spenden. Wir arbeiten. Wir arbeiten mit unseren eigenen Händen. Und wenn wir nicht genug haben, dann gibt Gott uns irgendwie auch Geld. Wir haben niemals andere Leute angebettelt. Jetzt? Jetzt haben wir sogar ein bisschen Reserve ansammeln können. Ich denke, wir haben vielleicht eine Million Dollar Reserve. Eine Million Dollar? Eine Million Dollar. Vielleicht 800.000 Euro. Ein Ringgit. Ein Ringgit, ja, okay. Also wir haben jetzt so ungefähr 250.000 Euro Reserve angesammelt. Aber ich habe meinem Team gesagt, wir werden das Geld nicht einfach für uns behalten. Also wir haben ja Segen, denen wir auch weitergeben wollen. Also haben wir 150.000 Euro zum Beispiel nach Indonesien gesandt. Weil wir dort in Indonesien jetzt ein zweites Gesundheitszentrum bauen wollen. Und, uh, you see, money is only good for two things. Also Geld ist eigentlich nur gut für zwei Dinge. It provides your needs. Also es sorgt dafür, dass deine Bedürfnisse gestillt werden. And it's to furthering God's work. Und dafür Gottes Werk voranzutreiben. If you keep it like a kingdom. Wenn du es für dich behältst wie ein König. Reserve. Und wenn die Reserve immer größer und größer wird. Das ist nicht gut. Also haben wir versucht, so vielen wie möglich zu helfen. Wir haben eine Reserve jetzt. Also wenn wir eine Reserve für mehr als ein Jahr haben, das ist mehr als genug. Mehr wollen wir nicht behalten. Also es ist gut, aber wir können immer ein bisschen das Budget anpassen, weil wir viele Bedürfnisse haben. Wir können für die Kinder auch ein bisschen sorgen, für die Ausbildung und so weiter. Aber was alles dann Überschuss ist, da können wir anderen mithelfen. Welche Arten von Krankheiten werden behandelt und wie häufig sind die Patienten, sagen wir mal, mit diesen Krankheiten, von der Statistik her belastet? So what kind of diseases are mostly treated and like what percentage for the diseases? Die Leute, die zu unserem Programm kommen, fast 50 Prozent, haben keine Krankheit. Die kommen einfach nur zum Gesundheits-, einmal Gesundheitsurlaub zu machen. Die kommen, um einfach gesund zu essen. Einfach sich zu entgiften. Und sich entspannen, so ein bisschen Wellness. Den Stress abzubauen. Und dann 30 Prozent ungefähr so Diabetes, hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, hohes Cholesterin. Und 20 weitere Prozent sind dann wirklich schwere Fälle, Krebs, Autoimmunkrankheiten, die dann wirklich intensive Betreuung brauchen. Ich wollte dann die Frage von Christian anknüpfen. Gibt es so ein, zwei Fälle, die ihr behandelt habt, wo ihr sagt, da habt ihr selber eigentlich keine Hoffnung gesehen, aber Gott hat ein Riesenwunder getan? So, do you remember one or two cases where you didn't see any hope, but God really did a miracle, when you treated people? Like in terms of, like, you treated someone and it seemed hopeless, but God did a miracle. A lot. Ja, viele. You want me to tell you all this story? Soll ich euch all die Geschichten erzählen? Just one or something. There's so many, I don't know any stories to tell you, you know? Das sind so viele, dass ich mich an die Details gar nicht mehr erinnern kann. Gottes Weg ist der einzige, um wirklich zu heilen. Das Programm, das wir ja durchführen, ist ja nicht von uns. Ellen White sagt, das Programm, das wir da durchführen, ist eigentlich vom Himmel geboren. Das Programm, das wir da durchführen, das kam nicht von unseren eigenen Ärzten, das hat Gott uns gesagt. Das kann man auf alle Menschen anwenden und da entsteht Heilung. Da ist wirklich, das ist fast garantiert. Also bei Krebs ist es wirklich manchmal ziemlich schwer. Weil wenn man Krebs tut, ist es nicht nur die Krankheit selbst. Viele Krebspatienten haben oft auch mentale Probleme. Probleme im Herzen. Also sozusagen im geistlichen Sinne. Da muss nicht nur der Körper entgiftet werden, sondern auch das Herz. Ein Körper zu entgiften, ist viel schwieriger, als das Herz zu entgiften. Krankheit und Sünde haben immer irgendetwas miteinander zu tun. Jesus hat oft den Menschen, den kranken Menschen gesagt, dass er ihre Sünden auch vergeben möchte. Die Ärzte reden oft sehr lange mit ihnen, um herauszufinden, was eigentlich innen drin wirklich los ist. Es ist viel Zorn oft. Bitterkeit, Hass, Hass, Schuld. Und wenn man das gar nicht löst, ist es oft sehr schwer, dass die Krankheit wirklich geheilt werden kann. Also es ist auch etwas sehr herausforderndes in dieser Gesundheitsarbeit. Es hängt oft davon ab, wie sehr sie Gott vertrauen können. Es hängt ja nicht nur davon ab, wie gut unsere Behandlung ist. So dass wir ihnen eigentlich, es geht darum, dass wir den Menschen zeigen, dass sie sehen, dass Gott sie heilen möchte. Und wenn sie das verstehen, dann passieren oft ganz große Dinge. Wir haben viele Krebspatienten gehabt, von denen die Ärzte gesagt haben, die werden bald sterben und die haben noch jahrelang gelebt. Manchmal ist der Tumor einfach weg gewesen. Ja, bei diesem Programm sieht man eigentlich ständig irgendwelche Wunder. Die verwandeln sich. Dann muss man einfach so ein Programm mal gesehen haben, um das richtig zu verstehen. Ich sage ihnen immer, wenn ihr für zehn Tage kommt, könnt ihr ein Bild am Anfang und am Ende machen. Das ist nicht Gottes Programm. So wie Daniel diese Challenge gemacht hat in Babylon, er sagte, testet mich, zehn Tage lang. Nach zehn Tagen. Waren die schockiert. Also kommt für zehn Tage. Ihr seht den Unterschied. Wie ist das mit der Regierung? Also in Deutschland oder in der Schweiz, wenn da ein Kind zum Beispiel Krebs hat und man geht in die Schulmedizin, dann habt ihr praktisch keine Möglichkeiten, das Kind noch aus diesen Fängen der Schulmedizin rauszuholen und eine natürliche Behandlung zu vollziehen. Wie sieht das bei euch da aus? Hat man da Möglichkeiten, von einem Krankenhaus die Kinder wegzunehmen und eine Alternative zu bieten? So if children have cancer, like how's with the government? Because in Western countries often, if you bring them to the normal, ordinary hospitals, it's sometimes very difficult to get them out of the hospitals to do alternative medicine. And so how is it in Malaysia? How much does the government interfere with the medicine? Malaysia is not so bad. In Malaysia is it not so bad. But our doctors are very careful also. Unsere Ärzte sind trotzdem sehr vorsichtig auch. The doctors don't make decisions for the patients. The doctors don't make decisions for the patients. The doctors only present the facts. The doctors only present the facts. Finally, the patients they themselves decide. Und die Patienten entscheiden immer selbst. And every patient that comes to our program, they don't have to sign a consensus form. Und alle Patienten, die zu uns kommen, die müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben. Dass es ihre eigene Entscheidung ist, dass sie dieses Programm durchführen. Denn wir können nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Wir können nur die Fakten präsentieren. Ja, vor 20, 30 Jahren, wenn man solche Lebensstilprogramme gemacht hat, da haben dann die Mediziner einen herausgefordert. Heute können wir sie herausfordern. Weil so viele Studien gemacht wurden. Wir können ihnen jetzt harte Fakten präsentieren. Die Weltgesundheitsorganisation hat der ganzen Welt gesagt, Selbst die normalen Ärzte können sich jetzt in Lebensstilmedizin spezialisieren. Da gibt es mehr als genügend Fakten und Studien, die beweisen. Also heute kann uns eigentlich niemand mehr richtig herausfordern. Man kann heute mit klarem Gesicht ihnen ins Angesicht schauen und reden. Es sei denn, man weiß nicht, was man tut. Ich wollte mal fragen, du hast so erzählt, wie ihr da das Grundstück gefunden habt und auch das andere, wie ihr im Glauben vorangegangen seid. Aber für mich ist halt die Frage, wo liegt da der Unterschied zwischen Anmaßung und Glaube und Vertrauen? Weil ich denke, das ist ein ziemlich schmaler Grad. Nicht, dass ich die Entscheidung treffe, sondern dass Gott sie wirklich trifft. Wie erkennt man das? Also der Unterschied zwischen Anmaßung und Glaube Glaube ist, wenn ich wirklich Gottes Wort gehorsam bin. Und Anmaßung ist es, wenn ich mich von Gottes Wort eigentlich, also Entschuldigung finde, es nicht zu tun. Zum Beispiel Wenn Gott also sagt, das ist nicht der richtige Weg, die Bibel ist dagegen. Aber ich sage, ah, ich glaube trotzdem, dass Gott mit mir ist. Das ist Anmaßung. Glaube Wenn alles gegen dich ist, aber das Wort Gottes sagt vorwärts, dann gehst du vorwärts. Und du gehst vorwärts, weil es auf dem Wort Gottes basiert. Nicht auf Menschen. Nicht bei den Umständen. Das ist Glaube. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel Das rote Meer ist vor Mose. Die Ägypter sind hinter ihnen. Gott sagt vorwärts. Alles ist gegen sie. Die Leute sagen, nein, die See wird dich töten. Ist das Anmaßung? Denn Gott hat so gesagt, es ist keine Anmaßung. Du gehst. Das Wasser öffnet sich. Aber als Satan Jesus gebeten hat, zu springen, da gab es keinen Grund zum Springen. Gott hat ihn nicht gebeten, zu springen. Wenn du dann springst, dann ist es Anmaßung, zu glauben, dass Gott sich um dich gebeten wird. Du wirst sterben. Also Glaube basiert auf dem Wort Gottes. Das, wenn ich dem Wort Gottes gehorsam bin. Anmaßung ist, wenn es nicht mit dem Wort Gottes zusammen ist. Wenn ich mich von dem Wort Gottes entschuldigen will, sozusagen. Das ist Anmaßung. Du hattest gesprochen gehabt von Studenten, die ihr immer wieder habt. Was sind die Voraussetzungen bei euch, Studenten zu sein? Und wie lange dauert eine Ausbildung bei euch? Und in welchen Bereichen werden sie dann eingesetzt, beziehungsweise ausgebildet? Also das Trainingsprogramm ist anderthalb Jahre lang. Wir unterrichten ihnen sowohl Gesundheit als auch Bibelklassen. Wir bilden sie aus, dass sie nach anderthalb Jahren gute Therapeuten sind. Sie können gute Massagen geben für die Patienten. Sie wissen, wie man gut kocht. Sie wissen, wie man mit den Patienten dann auch körperliche Übungen macht. Wie man ihnen dient. Wie man sich um sie kümmert. Ja, die arbeiten wie so ein Dienenschwarm dann. Wir wollen ein weiteres Programm aufsetzen. Ein Jahresprogramm, dass sie auch lernen, wie man Vorträge hält. Dass sie richtige Lebensstilberatung auch geben können. Wenn sie so eine Ausbildung haben und dann auch lange genug gearbeitet haben, können sie auch eine Abteilung mal leiten. Wenn sie dann etwas mehr gereift sind, sehen wir, wo ihre Talente sind. Einige von ihnen übernehmen dann vielleicht die Behandlungsabteilung. Manche haben mehr Interesse am Kochen. Die sind dann dort tätig, in der Abteilung. Wir schauen uns mal an, wo so die Stärken der Studierenden sind. Ja, man muss ein richtiges Gehirn haben. Die müssen bereit sein. Das ist alles. Die Voraussetzungen wären auch für mich interessant. Müssen sie Malai sprechen oder wird die Ausbildung auf Englisch gehalten? Ist es in Englisch oder do you need to know Malai? Nein, in Englisch. Ist alles Englisch. Die müssen auch Kraft haben. Das ist ein bisschen wie Militär. Man wacht um 5 Uhr morgens auf. Die schlafen um 9.30 Uhr. Das ist das Studentenprogramm, nicht das Gesundheitsprogramm. 6.45 Uhr müssen sie bereitstehen für die ganzen Hausarbeiten. Die machen viel einfach praktische Arbeiten, Toiletten sauber machen und alles sauber machen. Also das gesamte Gesundheitszentrum wird im Wesentlichen von den Studenten gereinigt. Dann haben sie Frühstück, Unterricht. Dann essen sie auch, reinigen wieder und dann gehen sie auf die Farm. Und die bearbeiten, dann machen Ackerbau da und arbeiten im Garten. Da brauchen wir ein bisschen Energie für. Christoph, gerade noch kurz. Und muss da Schulgeld bezahlt werden? Also unsere Studenten, die bezahlen für das Essen und für die Unterkunft. So ungefähr 80 Euro pro Monat. Er hat ja gestern die Erfahrung mit seinem Vater erzählt. Mich hätte interessiert, ob er sich auch bekehrt hat. Wollt ihr mal eine Geschichte von meinem Vater hören? Ja. Ihr wisst ja, mein Vater... Er war der einzige Sohn, der noch übrig blieb nach dem Japanischen Krieg. Seine beiden Brüder waren gestorben. Er war der einzige Sohn. Er hatte zwei Schwestern. Also ihr wisst, bei den Chinesen ist der Sohn sehr wichtig. Denn da wird die ganze Anbetung der Ahnen weitergetragen. Obwohl er in einem hohen Alter realisiert hat, Jesus ist real. Also, als ich ihn ja diese Aufgabe gestellt habe, hat er jedes Mal, wenn er wirklich ein Problem war, zu Gott gerufen. Einmal zum Beispiel. Er hatte große Todesangst. Natürlich, viele haben Angst vor dem Tod. Er hat mir nicht erlaubt, schwarze Hemden zu tragen. Also, ich trage auch keine mehr. Denn für die Chinesen ist die schwarze Farbe irgendwie ein schlechtes Zeichen. Er war über 70 Jahre alt. Meine Brüder hatten ihm ein neues Auto gekauft. Also, ich war in meinem Camp und er und meine Mutter sind, die waren schon 77 und die sind gefahren. Und ich habe einen Telefonerruf bekommen, dass mein Vater einen Unfall hatte. Ich bin da sofort hingeeilt. Ich sah, wie das Auto auf der anderen Seite jetzt lag. Und das Auto dahinter war völlig zerschmettert. Es war ein großer Truck, der gekommen war. Er hatte den Truck nicht gesehen, als er auf die Straße wollte. Und als er ihn gesehen hat, war es zu spät, dann hat er das Auto so weggeschoben. Ich dachte, die beiden sind schon irgendwo im Krankenhaus. Aber ratet mal. Als ich dahin war. Aber beide sind so aus einem kleinen Laden aus dem Eck rausgekommen und haben gelacht. Das Auto war total Schaden. Die hatten nicht mal irgendeine Gehirnerschütterung. Die waren total beruhigt. Also sicher. Ich habe gesagt, was ist passiert? Es war nur viele Jahre später. Hat er mir gesagt, als er dort auf die Straße aufgefahren ist. Das war so ein... Es war im toten Winkel wahrscheinlich. Es war zu spät. Der Truck ist genau ganz fest auf die Bremse gestiegen. Aber er wusste, niemand kann mich retten. Und er hat gerufen, Jesus! Es war nur ein Teil einer Sekunde. Er war völlig sicher. Ist nicht Gott mächtig? Das ist nur ein Beispiel. Ganz oft ist das passiert. Gott hat ihn bewahrt. Aber er hat immer noch nicht Christus akzeptieren können. Bis er 82 Jahre alt war. Er ist hingefallen. Er war in der Notaufnahme. Ich habe mein Bestes gegeben, zu ihm zu reden. Aber er hat gesagt, ich habe mich entschieden, nicht Jesus zu folgen. Weil er gesagt hat, ich bin der einzige Sohn. Ich muss den Glauben an die Ahnen weiter tragen. Ich habe neun Jungen. Und da seine ältesten Söhne immer noch an die Ahnen glauben, hat er gesagt, du kannst ja machen, was du willst. So habe ich gedacht, was kann ich also tun? Mein Vater hat sich entschieden. Aber als er in der Intensivstation war und am Sterben war, kamen alle Kinder und Enkel und er hat geweint. Er wusste, ich sterbe. Es hat mir so leid getan. Ich habe ihn angeschaut. Mein Vater hat geweint. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Er hat keine Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung gehabt. Das ist das Ende für ihn. Ich wollte ihm von Jesus erzählen. Ich erinnere mich, es war die dritte Nacht, als er in der Intensivstation war. Ich habe meinen Brüdern erzählt, dieser Bruder ist ein anderes Wunder. Dieser Bruder ist ein Chirurg. Dr. Fang hat in Schottland studiert. Er hat sein ganzes Leben in Afrika verbracht. Er hat sein gesamtes Geld, das er hat, für Waisenhäuser gespendet. Er hat wirklich alles Gott gegeben. Wir beide haben gesprochen. Ich sagte, Bruder, wenn unser Vater keine Hoffnung mehr hat, dann sollte er nicht bis heute gelebt haben. Gott hat sein Leben so lange gerettet. Vielleicht. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Wir haben gebetet. An dieser Nacht alle meine adventistischen Brüder haben gebetet. Ich bin nach Hause gegangen und ich habe zu meiner Frau gesagt, lass uns für meinen Vater reden. Er hat nicht mehr viel Zeit. Wir haben geschlafen. 5.30 Uhr am Morgen klingelt das Telefon. Ich dachte, oh nein, es ist vorbei. Also, wenn das Telefon in der Mitternacht oder am frühen Morgen anruft. Ich habe gesagt, hoffentlich stirbt jetzt mein Vater nicht. Ich habe den Hörer genommen. Das war meine Mutter. Also, meine Mutter war schon seit 20, 30 Jahren Adventistin. Aber mein Vater nicht. Also, er hatte sein Grab schon bereits gebaut, bevor er gestorben ist. Er hat so ein buddhistisches Grabmal sich gebaut. Und daneben ein christliches Grabmal für die Mutter. Bei meiner Mutter sind zwei Engel. Und bei ihm sieht es so ein bisschen chinesisch aus. Meine Mutter hat mich angerufen. Und ich sage, was ist passiert? Ich habe gedacht, sie sagt, dein Vater ist gestorben. Sie sagte, dein Vater hat gerufen. Er hat Jesus gestern gesehen. Was? Er hat Jesus gesehen? Er hat mir gesagt, Er hat mir gesagt, er will Jesus akzeptieren. Ich habe gesagt, nein, wie kann das passieren? Mein Bruder, der Dr. Pham, war die ganze Zeit bei ihm, hat sich um ihn gekümmert. Ich habe das Telefon aufgelegt. Ich habe meiner Frau gesagt, etwas Verrücktes passiert, ich muss gehen. Ich bin ins Krankenhaus gefahren. Ich habe meinen Bruder, Dr. Pham, gefragt. Was ist passiert? Ich weiß auch nicht, rede du mit dem Vater. Aber ich habe zu meinem Vater gesprochen. Er hat gesagt, was ist passiert? Er sagte, gestern Abend, zwölf Uhr, hat er gefühlt, er wird bald sterben. Sein Atem geht mehr aus, als dass er hineinkommt. Er kämpft, dass er nicht sterben möchte. Er weiß nicht, wo er hingehen wird. Er hat geweint. Und dann hat er plötzlich realisiert. Er hat verstanden, all die über 70 Jahre, wo er all das Geld, die Energie hineingesteckt hat, um die Götzen anzubeten, hat ihm keinen Frieden gegeben für diesen Moment. Die Götter, die ich angebetet habe, die haben mir keinen Frieden jetzt gegeben an diesem Punkt. In diesem Moment ist er zu Jesus gewechselt. Er hat gesagt, Herr, bitte rette mich. Er hat gesagt, als er das gebetet hat, kam sein Atem zurück. Und dann hat er Frieden gefühlt. Sehr beruhigt. Und er ist eingeschlafen. Und er hat in einem Traum so Jesus gesehen, in der dort stand. Jesus hat ihn angelächelt. Hat zwei Worte an die Wand geschrieben. Im Traum natürlich. Dann ist er aufgewacht. Mein Bruder saß neben ihm, die ganze Zeit in der Nacht. Er sagte, ich habe Jesus gesehen. Mein Bruder hat nichts gesehen. Jesus ist da. Mein Bruder hat gedacht, er wird bald sterben. Da ist er vielleicht so ein bisschen verrückt. Das sind zwei Worte an der Wand. Lies dich mir vor. Mein Bruder hat gar nichts gesehen. Also sagt mein Vater, bitte bete für mich. Mein Bruder hat gebetet. Als er gebetet hat, sagt er Amen. Ja, genau das Wort Amen war es. Wieso war das so einfach? Ich konnte es gar nicht wissen. Was Jesus ihm sagen wollte, ist, es ist so einfach, mich anzunehmen. Warum hat es so lange gedauert? Warum hat es so lange gedauert? Er hat geweint und geweint und geweint. Ich habe gesagt, okay, ich habe gesagt, Vater, in diesem Moment, du kannst nicht auf die Wasser gehen, du kannst nicht auf die Wasser gehen, um in den Baptisten zu gehen. Ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt Jesus wirklich angenommen hast, du kannst jetzt nicht getauft werden im Wasser, ich werde den Pastor holen, wir werden dich salben. Er hat mich gefragt, was ist so eine Salbung? Ja, wenn du mich also fragst, ist es gut, weil dann ist dein Verstand noch nicht weg. Ich habe ihm das erklärt. Ich habe den Pastor angehoben. Der Pastor kam sofort. 9.30 Uhr am Morgen. Der Pastor sagt, wo sind die Ältesten? Ich habe gesagt, nur mein Dr. Pham, mein Bruder und ich sind hier. Wir sind die Ältesten. Und es waren nur wir drei mit einigen Gemeindegliedern, wir haben den um meinen Vater gesalbt. Nach der Salbung habe ich meinem Vater gesagt, Papa, um Jesus anzunehmen, musst du wenigstens eine Entscheidung fällen. Also du musst meinem ersten Bruder sagen, weil der erste Bruder ist quasi der König des Hauses. Wir haben alle so viel Angst vor unserem ältesten Bruder wie vor unserem Vater. Also er ist 80 und er könnte mein Vater sein. Sein Sohn ist älter als ich. Und mein Vater hat diesen ersten Sohn am meisten gelegt. Und er ist der Sohn, der die ganze Ahnenverehrung übertragen bekommen hat. Er ist der Erbe von allem. Ich habe gesagt, Papa, du musst dem ältesten Bruder das sagen. Ich weiß, wenn du es wagst, ihm das zu sagen, dann ist es wahr. Er hat mich angeschaut. Er sagt, okay. Ich habe der ganzen Welt das angekündigt. Ich habe allen gesagt, Papa hat Jesus angekündigt. Die Nachrichten haben sich überall verbreitet. Meine ganzen Familienmitglieder, die Verwandten. Große Nachrichten, Neuigkeiten. Alle kamen. Die wollten wissen, ist das jetzt wahr? Also ist das wirklich oder ist das nur? Der älteste Bruder kam. Weil nachdem alle gegangen sind, blieb noch mein ältester Bruder und meine Schwägerin, also seine Frau. Es war jetzt die Zeit für wirklich ernsthafte Unterhaltung. Ich hatte große Angst. Ich habe meinem Bruder Dr. Pham gesagt, ich habe gesagt, Gott segne dich, wir müssen jetzt alle gehen. Also Dr. Pham und mein Vater und der älteste Bruder und seine Frau. Wir sind alle gegangen. Wir haben alle gebetet, alle meine anderen adventistischen Brüder haben wir alle gebetet. Und das ist, was mein Vater ihm gesagt hat. Er hat gesagt, ich glaube an Jesus. Ich habe Frieden. Und als mein Bruder das gehört hat, war er so zornig. Er ist aus dem Raum hinausgegangen, ohne zu reden. Sie sind gegangen. Sie sind aus dem Raum und haben gesagt, mein Untervater ist verrückt geworden. Ich habe meinen anderen adventistischen Brüdern gesagt, preis den Herrn. Unser Vater hat eine wirkliche Entscheidung getroffen. Jetzt glaube ich, es ist besser, wenn er in Ruhe einschlafen kann. Ich glaube, es wird zu viel für ihn sein, wenn er jetzt die ganzen Verwandten noch mich konfrontieren muss. Wenn jetzt noch all die ganzen Buddhisten und taoistischen Freunde kommen, wenn die ganzen Dorfbewohner jetzt noch kommen, das wird zu viel für ihn. Er hat seine Entscheidung gefeiert, möge er doch im Frieden ruhen. Aber Gott wollte nicht, dass er stirbt. Gott wollte, dass er noch ein Zeuge fühlen ist. Zwei Wochen. Nach zwei Wochen ist er aus dem Krankenhaus herausgegangen. Lebendig. als er in das Krankenhaus gegangen ist, am gleichen Tag ist sein bester Freund auch in ein Krankenhaus gegangen. Dieser Freund, die waren wirklich beste Freunde. Fast gleiches Alter. Sie waren beide Leiter vom taoistischen Tempel. Großer Tempel. Sein Freund war der Präsident und mein Vater war so der zweite Mann. Sein Freund ist im Krankenhaus nach einem Monat gestorben. Er ist aus dem Krankenhaus herausgelaufen. Als er dann später gestorben ist, bevor er gestorben ist, als mein Vater aus dem Krankenhaus gekommen ist, hat er mir gesagt, ich möchte getauft werden. Ich sagte, ja, natürlich, gerne. Also du bist stark genug in den Ozean hineinzulaufen. Und nachdem ich getauft worden bin, möchte ich feiern. Klar, gerne. Ich werde alle deine weltlichen Freunde einladen. Und du wirst ein Zeugnis geben. Er hat mir gesagt, als er acht Jahre alt war, in China, wie alt bist du? Zehn. Und du? Als er so alt war. Stell dir das mal vor. Als er acht Jahre alt war. Er hat das mit acht Jahren erlebt, hat es über siebzig Jahre in seinem Herzen verschlossen, hat niemandem davon erzählt. Hat er gesagt, die sind sehr arm in China. Und es war sehr heiß an dem Sommer. Also hat ihn die Mutter zu einem See gebracht, um ein bisschen abzukühlen. als sie dort waren, sahen sie einen Missionar. Und der Missionar hat gepredigt. Und er sah einige Menschen, die dort saßen. Und er sah, er erinnert sich wieder ein Banner über dem Prediger war. Und auf dem Banner standen drei Statements. Und die Worte auf dem Banner waren bis zu dem Tag im Gedächtnis geblieben. Diese drei Aussagen waren, wenn ich an Jesus glaube, bin ich für Ewigkeit gerettet. Wenn er an Jesus glaubt, wird er Ewigkeit haben. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du für Ewigkeit gerettet werden. Und es ist also ich, er und du. Diese drei simplen Aussagen, das ist für immer in seinem Gehirn geblieben. Ist das nicht erstaunlich? Der Samen ist noch über 70 Jahre aufgegangen. Ich weiß nicht, wer der Missionar gewesen ist. Also wenn Jesus wiederkommt, werde ich nach dem Ausschau halten. Ich habe meinem Vater gesagt, wenn wir die Tauffeier dann haben, die Feier hinterher, dann werde ich all deine ungläubigen Freunde einladen. Dann werde ich jedem von denen ein Leben Jesu geben, mit deiner Unterschrift, mit einem Lesezeichen, mit diesen drei Aussagen. Wenn ich an Jesus glaube, bin ich gerettet. Wenn er an Jesus glaubt, ist er gerettet. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du gerettet. Wir hatten über 100 Leute eingeladen. Wir haben ein Zeugnis gegeben, es war so wunderbar. Und dann ist sein Freund gestorben im Krankenhaus. Er hat gedacht, bei der Beerdigung, soll er zur Beerdigung gehen. Das ist eine riesige Beerdigung mit all den hunderten Taoisten dort. Sie beten die Toten an. Was kann er da tun? Aber es war sein bester Freund. Er hat dann entschieden, nicht zu gehen. Aber Gott wollte, dass er geht. Also am Tag vor dem Begräbnis, an dieser Nacht, hat er einen Traum gehabt. Er hat ihm im Traum seinen Freund gerufen. Wie kann es sein, dass du niemals zu meinem Begräbnis gekommen bist? Mein Vater hat immer so Träume, ich weiß nicht warum. Also am nächsten Morgen hat er meinem Bruder Dr. Pham gesagt, bring mich zur Beerdigung. Und als er dorthin kam, war es elf Uhr, aber die meisten Leute waren da. Und jeder kannte ihn. Er kam. Und die sagten alle, oh wow. Sie haben den Weg geöffnet und haben ihn hergebracht. er kam vor dem Sack diese ganze buddhistische Anbetung mit ganzem Weihrauch. Sie haben ihm Incense gegeben, also Weihrauch gegeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, all diese hunderte Leute, die kannten ihn, sie wussten, er war der zweite Mann im Taoisten Tempel. Die haben ihm den Weihrauch gebracht. Er hat seine Hand, er hat es abgelehnt. Er sagt, ich bin ein Christ. Was? Und dann? Und dann vor dem Sarg seines Freundes hat er geweint um seinen Freund. Ich fühle mich so, es tut mir so leid, dass ich die Ewigkeit habe und du verloren bist. Als er beendet hatte sein Weinen, hat er sich hingesetzt und dann ist er nach wieder gegangen. Wir wissen nicht, was passiert ist. Aber später haben uns Leute gesagt, alle waren total schockiert bei der Beerdigung. wie ist das möglich, dass er ein Christ geworden ist? Als ich ins Dorf gegangen bin, haben sie gesagt, wie kann dein Vater ein Christ geworden sein? Jeder hat gefragt. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Wisst ihr, warum? Weil mein Vater hat herausgefunden, dass Jesus mächtiger ist als der Tempelgott. Die glauben ja an Kraft und übernatürliche Macht. Mein Vater hat es getestet, er hat herausgefunden, Jesus ist mächtiger. Wisst ihr, wie viele Leute in dieser Woche zu meinem Vater gefahren sind, um ihn zu fragen, wie ist das möglich? Mein Vater hat Zeugnis abgelegt. Und er hat jedem gesagt, glaube an Jesus. Ist das nicht wunderbar? Nach einigen Monaten konnte er nicht mehr laufen. Er war jetzt bettlägerig. Er hat vier Jahre noch am Bett gelegen. zwei Jahre lang hat mein Bruder sich um ihn gekümmert. Er hat all seine Arbeit aufgegeben. Sein Sohn. Übrigens, mein Bruder Dr. Farm hat niemals geheiratet. Er hat wirklich alles Gott gegeben. Er hat sich um meinen Vater gekümmert, um seinen Glauben noch zu stärken. hat wirklich sehr viel Opfer gebracht. 24 Stunden Pflege. Nach vier Jahren. Ich habe nach zwei Jahren meinem Bruder gesagt, du musst wieder ins Missionsfeld gehen, sonst vergisst du noch, wie man Leute aufschneidet. Also haben meine Frau und ich geholfen. Nach vier Jahren hat er wirklich das christliche Leben richtig verstanden. Hat er und meine Mutter sind sie wirklich eins gewonnen. Die haben ein wirklich himmlisches Leben gelebt. Jeden Morgen haben sie Morgenandacht gemacht. Die haben zusammen gesungen. Die haben zusammen gebetet. 82 Jahre alt. Hat mein Vater zum ersten Mal seiner Frau gesagt, ich liebe dich. Sie haben so eine wunderbare Liebe gehabt. Sie waren plötzlich so verliebt. Wir haben alle gelacht. Gott hat das Beste für die letzten vier Jahre aufbespart. Als mein Vater gestorben ist, er ist vor meiner Mutter gestorben. Als er gestorben ist, hat er nicht mehr geweint. Er hat gelächelt. Er wusste, er war sich sicher, ich werde auferstehen. Nachdem er gestorben ist, da habe ich meine Mutter, die schon im Rollstuhl gewesen ist, gefahren. meine Mutter hat die kalte Hand meines Vaters angefasst. Wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Wir werden uns wiedersehen. Und meine Mutter hat sich zu mir umgedreht. Wie kann es sein, dass ich gar nicht weine? Weil du getröstet bist, habe ich gesagt. Ja, ich glaube. Ist das nicht wunderschön? Dieses Begräbnis, das war eine Feier für uns. Jeder, der gekommen ist, die haben gar nicht geglaubt, dass es ein Begräbnis ist. Wir haben Zeugnis gegeben, wir haben Gott gepriesen. Meine Mutter hat 30 Jahre lang für ihren Mann gebetet. Und meine Mutter sagt, Gott hat meine Gebete nicht umsonst gehabt. Ist nicht Gott wunderbar? Meine Mutter ist jetzt auch gestorben. Aber wir sind sicher, dass wir sie wiedersehen werden. Das ist nicht wunderbar, diese gesegnete Hoffnung. Das ist die Geschichte von meinem Vater. Sorry to take you so much time. Es tut mir leid, dass ich so viel Zeit genommen habe. Nein, doch auch noch mehr. Musik